Ja hallo StarFox hier, herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video von mir und heute zeige ich euch den ersten Season 9 Teaser und wie ihr diesen Teaser auch aktivieren könnt. Als erstes müsst ihr ein Care Package finden und in diesem Care Package sind dann eben drei Key Cards drinnen. Eines oder eine Key Card eben für jeden Squad Member. Diese Key Card sammelt ihr einfach ein, dann geht ihr zurück ins Hauptmenü und dort bekommt ihr eine Nachricht. Wenn du nur auf Ruhm und Reichtum aus bist, Legende, endet dein Weg hier. Doch für die, die sich in der Arena beweisen wollen, wartet eine neue Herausforderung. Und jetzt wissen wir auch, dass sich dieser Teaser um den Arena Modus dreht. Jetzt müssen wir noch auf Olympus und auf Kings Canyon jeweils drei Holosprays scannen. Diese Holosprays, da gibt es eine Karte dazu, die hat der gute Schrucktal veröffentlicht. Ich blende die euch jetzt ein, einmal für Kings Canyon und einmal für Olympus. Ihr könnt dann auch gerne kurz Pause drücken und euch die Spots ansehen, wo ihr diese Holosprays eben findet. Die sind ja so lila eingekreist und eben ihr müsst zu diesen Holosprays rüberlaufen. Dieses Scannen funktioniert übrigens nicht mit der Drohne, habe ich ausprobiert. Also ihr müsst schon direkt drüber gehen und eben E drücken oder die Auswählen-Taste auf dem Controller. Und dann habt ihr eben diesen Holospray gescannt. Das Ganze macht ihr eben dreimal auf Olympus an verschiedenen Spots, dreimal auf Kings Canyon an verschiedenen Spots. Und danach müsst ihr eben wieder ins Hauptmenü. Und dann habt ihr die Mission vervollständigt und ihr bekommt eben den Hinweis, dass ihr jetzt auf den Schießstand gehen sollt. Und dort wartet dann der nächste Deaser. Der Deaser befindet sich dann am Landebät, das eben am Schießstand jetzt neu aufgetaucht ist. Und dort ist so eine Konsole und die könnt ihr leider in meinem Fall jetzt hier noch nicht aktivieren. Am 20. April ist das dann möglich. Wenn ihr schon wissen wollt, was dann passiert, ich habe ein Leak-Video dazu gemacht. Hier oben rechts ist es verlinkt. Könnt ihr euch gerne schon ansehen, was dann passieren wird. Wer es eben selbst erleben will, wartet bis zum 20. April und aktiviert dann diesen Deaser. Und das war es dann auch schon. Mein Video zum ersten Season 9 Deaser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen, über ein kostenloses Abo, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und damit ihr eben keine neuen Videos von mir verpasst. Ansonsten sage ich noch, danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Starfox.